Alle Hilfen sind da. Let's go racing. Sauber gestartet soweit. Noch kein Pushing. Das Leben ist hoher Respekt wird jetzt hier gefallen. Sehr schön anzuschauen. Dann macht es Spaß zum Modellieren. Macht es Spaß anzuschauen. Das ist er 10 grad gefahren jetzt an Stockholm. Brüder vorneweg. Man on a mission today. Ein zu 12er Ronde. Die finale 13 Ronde aus. Soweit bis jetzt. Hinterbände Herr Böhemann hat leichte Probleme mit seinem Auto heute. Hat vergessen sein Driver Setup zu trinken. Das sind 3, 4, 5, 6, 1. Pernstuhl kommen wir hier rein. War eine ungeduldigung. Brüder hat sich aber selber bestraft hier. Da Frau Heiter hier. Kommt nicht rüber. Ja. Und jetzt ist es vorbei. 05.000. Sitzt hier erst mal der dritte Fest. Jetzt ist es vorbei. Kühle 4 vor Thomas Welsing. Erik Pauling auf die 3. Max Kaiser auf die 4. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. Und die Führer, Frau Welsing, Audi, Reißer, Toner, Barthes, Bordermann, Welsing von Nadia und Simi Müller in Ordnung. Ja, Pauli, der sieht, dass der Krippertier ist. Es ist so ein bisschen aus Hamburg, der zogen. Ja, kommt jetzt, wir rum an der Seite. Ja, der erste, der zweite Auto, das ist blau nur. Zwei Minuten noch, drei hat hier, zwei müsste man. Kommt jetzt die Jahre gerade, wollen wir hier auch kein Missflimmer, Reißer, zweitplatzierte. Ja, der ist über die Schleife der ersten Korreiber, Erik Pauling auf der Reihe, genau. Dann haben wir Welsing auf die zwei. Der kommt hier, grün. Ja, dann haben die das sortiert. Der Kass ist doch drauf. Eins, drei Sieger, eins, drei Sieger. Die letzte Minute läuft so langsam runter jetzt, die letzte Minute. Die letzte Minute läuft so langsam runter jetzt, die letzte Minute. die nächste Minute läuft so langsam runter. Und dann sind die drinnen und die zweite Kassel, die letzte Minute. Und dann haben wir auch noch einen Moment vorhin zu nerven. Da ist sie direkt vor, die erste Minute. Und dann noch kein Ding. Schnellsfeil Verrugelmanns Reißen jetzt in den letzten Runde Güter Fürth Velsig von Thomas Velsig 2, Erik Paul in Dreil Verrugelmanns Reißen Läste paar Sekunden klingelt und er drunter auf Masterclub Velsig hat seinen 2. Platz bei Aarhus Erik Pauling auf den 3. Lægge 294 Rappel ist nun an de Langebremseil Alle fertig!